»Du nichtsnutziger Trunksüchtiger! Das hast du dir verdient! Ich werde meinen Gaul im Nachbardorf beschlagen lassen. Vor mir siehst du keinen Penny mehr!« schimpfte Smithersen. Jack blieb im Dreck liegen und verwünschte die geerbte Schmiede seines Vaters und sein Leben. Er beschloss, sich mit seiner angebrochenen Flasche Schnaps wieder auf sein Strohlager zurückzuziehen und seine Schmerzen auszukurieren. Heute, 1. November 1933. Es war Abend geworden und nach meiner guten gestrigen Erfahrung traute ich mich heute auch wieder alleine zu Bett zu gehen. Ich brauchte nicht lange, bis ich einschlief. »Johnny, mach die Augen auf! Ich bin es, deine Mary!« flüsterte eine verführerische Stimme. »Mary?« fragte ich ungläubig. »Ja, Johnny, ich bin es wirklich!« »Oh, wie sehr ich dich vermisst habe!« »Erinnerst du dich noch an damals, wie glücklich wir waren?« »Als du deine Arztpraxis hattest und ich in der Bücherei arbeitete?« »Wie sehr ich doch immer wieder an diese Zeit denken muss!« »Aber nun können wir für immer zusammen sein, mein Liebling!« »Aber Mary, du bist doch tot!« sagte ich stupide. »Johnny, mach dir doch keine Gedanken über solche Kleinigkeiten! Du weißt doch ganz genau, was du dafür tun musst!« »Oder liebst du mich etwa nicht mehr?« »Bin ich es dir nicht mehr wert?« »War das wirklich meine Mary?« Mein Herz schlug schneller, als ich ihre Stimme erkannte. »Eine erneute gemeinsame Zukunft für die Ewigkeit!« »Ich wünschte mir nichts Ähnlicheres!« »Johnny, du musst morgen tun, was man dir sagt, hörst du? Du darfst dieses Mal nicht wieder versagen!« »Oh, Johnny, wie ich dich brauche!« »Aber Mary...«